Artistik, Musical und ganz viel Hollywood. Das können Besucher vom neuen Bühnenstück Paramour des legendären Cirque de Soleil erwarten. Mit Paramour kommt die goldene Ära Hollywoods auf die Bühne. In einer Show, die die weltberühmten Zirkusnummern des Cirque de Soleil mit einer Liebesgeschichte kombiniert. Der Geschichte des Regisseurs AJ und der schönen Schauspielerin Indigo. Vier Monate trainieren die Schauspieler, Tänzer und Artisten gemeinsam, um das Bühnenstück auf die Bühne zu bringen. Sie gehören zu den besten Artisten der Welt. Sie haben 10, 15, 20 Jahre trainiert. Und dann, wenn sie ihre Karriere ändern, haben sie eine Circus-School oder Cirque de Soleil. Und dann haben wir ihnen die neue Disziplin, die mehr Circus-specifische Disziplin. Zu den Höhepunkten der Show zählt der Auftritt der beiden Luftakrobaten Andrew und Kevin Atherton. In einigen Metern Höhe fliegen die beiden Brüder an Seilen aufgehangen über das Publikum. Mit sieben Jahren begann die Turnkarriere der beiden Topathleten. Doch trotz aller Erfahrung ist das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, jedes Mal aufs Neue einzigartig. Das Wichtigste an ihrem Auftritt sind die Zuschauer. So die beiden. Am 4. April findet die erste Aufführung von Paramur statt. Die offizielle Eröffnung ist am 14. April am Stage-Theater Neue Flora in Hamburg. Wer Bonesen kommt Standrubs